also willkommen zu einem neuen video heute spielen wir mal wieder an autoren und zwar das zweite gta video was ich hatte einfach gerade lust gta video aufzunehmen ich habe ja gerade eben schon das erste rennen der bike woche aufgenommen und ich dachte mir oh wie habe ich gerade bock zu zocken jetzt wird es wieder auf dass wir kommen heute aufs team videos und das video hier jetzt um 20 uhr wieder gehen sie fast auch nicht schade und man sagt ich hoffe die anderen kamen sind auch nicht so schlecht aus ich wollte gerade sagen nice ich habe es geschafft und setzt mich da ab und dann gleich von hinten so fies weggeschossen freut mich ja genau da habe ich den besseren faden gehabt ich überlege wie ich hier verkackt hat in den ersten folgen mittlerweile geht das ja richtig geil so muss ich die besoffen ich bin acht da ich glaube von zehn oder von neun ich habe den leider nicht zum explodieren gebracht das war nice gewünscht ich würde mich interessieren wer mich als erstes raus und der aufnahme und link mal anschauen das interessiert mich das ist das war das interessiert mich echt so sind sie da ich will unbedingt einmal top 5 das hier keine platz 1 permanent sind ist ja irgendwie klar weil ich bin nun mal nicht noch nicht der gta profi aber ich denke mal eine unter platzierung wird dann machbar sein ich bin ja mein siebter der sechster sogar schon ich denke das ist durchaus zu erreichen so jetzt muss man hier natürlich erhoffen dass man keine welle erwischt okay ich habe ihn ganz schön aus der bahn geworfen aber es hat mir auch nichts gebracht das fand ich geil er ist rausgeflogen oh ich hab auch den kurzen gezogen aber ich hab irgendwie diesen rausgehauen das macht schon spaß oh er spawnt wieder vor mir was heißt ich könnte wieder rausgeflogen er nimmt ganz schön große wege im kauf was ist denn er lieber groß fahren ja genau das trifft mich natürlich wieder mehr wie alles andere so oh ich bin neunte ich muss unbedingt in gas gehen wenn ich wirklich mal fünfter werden will aber ich hab eigentlich lieber spaß in den runden als in gute platzierung das ist einfach so ey der ist gerade gespawnt wie kann man da so blödsinn und wieder rausfliegen 100 schnellste runde geil ist das das wieder? ja ist es den kick mal jetzt raus den kick ich gleich raus nein ich überdrehe mich das war mir fast klar ich schaffe mal den Sprung ich schaffe den Sprung nicht mal was soll das? ah das kotzt mich jetzt an es bin wieder neunter ich durche mich hier nicht überdrehen das ist richtig mies da kann man das ganze Rennen vergessen ok wir müssen jetzt erstmal richtig aufholen weil die sind jetzt ganz schön weit vorne ich weiß gar nicht, soll jemand hinter mir? ich habe keine Ahnung aber ich denke ein, zwei Plätze kann ich durchaus auch wieder aufholen das wäre mir so ganz lieb und das schaffen würde oh mein Gott die sind alle so weit weg was soll denn das? gebt mir da auf meine Chance ok da ist der Nächste wieder da ok da ist der Nächste wieder da ok nicht gedreht das ist schon mal sehr viel wert ich krieg die Kurve unten gut ich muss sagen der Animist oder wie die Karre heißt ist gar nicht mal so schlecht so jetzt muss ich bloß aufgucken ich guck, wer sich keine Welle erwischen ich glaube, er weiß, ich will ihn rauskippen aber er hat ne gute Karre das war der geilste Move von mir der wurde sich gerade richtig ins Fell beißt warum bin ich sie ihm platt? wann habe ich den anderen geholt? oh mein Gott, die beenden alles Rennen ich will es schaffen ich will es schaffen, das Rennen mit mehr Geld 20 Sekunden oh mein Gott ich glaub, das wird entweder so arschlapp oder ich schaff's nicht aber ich kann ich schaff's es ist ja die letzte Kurve ja schon oder? ist es? ups, ja 5 Sekunden, schaff's mal schaff's mal los, dann schaff's mal wir haben's geschafft ey, das muss ja arschlapp gewesen sein immerhin 4 Rennpunkte nice, fast 2k wieder mal schön und wir haben 4k zum CRP bekommen natürlich hat der Laschenball gewonnen ist klar der Verlust 1000 Dollar ich hab 1000 Dollar auf den Fliesenmann geholtet naja, schade so jetzt mach ich doch mal ein zweites Rennen weil ich einfach grad mal Bock hatte dachte ich mir so ja jetzt mal 1000 und bin bereit ich dachte mir so das andere Video war's war gut aber ich glaub es waren 6 Minuten oder so ich dachte mich hängt einfach mal eine kleine Runde dran ich bin sogar schon angeblich Profi-Rennfahrer wow okay ich kann nicht mal vernünftig den Superstart aber ich bin Profi-Rennfahrer also alles klar jedenfalls ich dachte mir hängen noch eine Runde dran dass das wieder mal ein bisschen länger wird ist ja vielleicht auch nicht so schlecht um die Schnellweiß glaube ich 9 Kilometer also könnte das durchaus hat das einfach kackter Staub mal eine Länge Runde werden ich hoffe auch für der Raschenball gewinnt die 1000 möchte ich gerne wieder haben alles klar das war so schlecht wieder mal naja mein Gott achter ich glaub ich bin letzter ich glaub nicht nur ich weiß ich bin letzter sein NDRs AFK aber wir vorsichtig 2 diesmal hol ich mehr auf dann ist man so wirklich schneller 25 AP aber ich finde das hier richtig geil hier runter so Highspeed das finde ich schlecht außer Kontroller ok können wir schnell überholen ich bin schon 5 ok ich nehme die Kurve aber gerade echt gut wow ich hole er so arschmessig auf ich wusste es so sehr dass das passieren wird ich hatte gehofft er schnallt ihn so schnell dass ich hinter ihm bin aber es war natürlich klar es war zu erwarten oh nein oder ich hab so ein Pech ich hab geht nicht warum Hector-Typ wird vorne hier die Sicht bitte mal anlass alles klar warum verkack ich so wenn du hier nicht hochkommst dann bin ich von dir enttäuscht Arnis so ist er was geht es gibt die ich hab nicht gesehen wenn du bitte der waschen vorher auf Platz 1 sein ich möchte wenn tausende und das mal nicht nur verlieren so mein Freund, ja genau 50 AP, nice, nutzt mir trotzdem nichts so was ist wenn ich hier an so einen Bulli komme? jetzt waren sie aber ich werde automatisch leiser hm so ich habe jetzt eine richtig gerade Fahrt drauf so bitte fall nicht runter bitte sag es geht wieder so geil hier runter ich finde das so richtig geil wenn das so langen Strecken runter geht das muss so arsch schnell nein nicht explodieren oh ne der kommt hier echt nicht hoch ich glaube wohl ey ne aber der kommt hier nicht hoch ich lobe mein Schweinfeil das ist ein super Sprungbahn der kommt zu ne Scheißer ich will nicht weiter ich will nicht weiter das ist ein schlechter war da ist halt so kann sie unerkannt werden schafft es nie vernünftige Flug zu kriegen ja ich dachte ich will nicht gut geht das war echt was okay das war echt was gut das war wirklich von dieser Folge leider nix vernünftig geschafft ich glaube war nicht erst dann sehen wir uns morgen bei einem neuen video der bike woche jetzt wirklich wieder und bis dahin viel spaß